Venezuela, 1. Liga, Samora gegen Deportivo Petare. Samora in der weißen Kleidung hat eine Ecke, in der Mitte ist Safra völlig frei. Aber was macht er denn da? Eine sensationelle Rettungstat, sozusagen. Zugegeben, er ist Verteidiger. Aber es hätte ihm schon mal jemand sagen können, dass seine Mannschaft hier im Angriff ist. Der 27-Jährige entsprechend nach dieser Szene völlig konsterniert. Doch schwamm drüber. Sein Team gewinnt am Ende trotzdem 2 zu 1.